Die Arche selbst ist geschaffen worden von einem Künstlerkollektiv unter Ronald Fischer, der die Erfahrung hatte. Ich habe den Herrn Fischer schon vor vielen Jahren kennengelernt. Wir sind freundschaftlich verbunden. Und ich habe gesagt, Ronald, du mir bitte den Gefallen und mach noch eine Glasarche. Da ist natürlich die Frage, sie muss natürlich finanziert werden, deshalb die Spender. Er hat sich dafür entschieden und wir haben sehr, sehr verantwortungsvoll hier lange gerungen mit dem weiteren Künstler, das ist der Christian Schmidt aus Rauschwitz bei Alzenberg, hier diese Symbiose zwischen Hand und Glasarche herzustellen. Ich muss auch sagen, dass die Aussage nach meiner Auffassung sehr gut ist, die die Arche rüberbringen soll. Sie ist auch etwas provozierend, aber ganz bewusst provozierend, denn das Thema der Erhaltung unserer Umwelt, die Erhaltung der Vielfalt der Arten und auch die Erhaltung, die Bewahrung der Schöpfung, das ist ja dieses Grundthema, wird immer aktueller und ich denke, wir alle sollten uns diesem Thema nicht ganz verschließen. Wir haben die Arche so konzipiert, dass sie ohne großes mediales Begleitwerk hier, bis auf diese kleine Tafel dort drüben, hier auch repräsentiert wird. Sie geht ja auf Reisen, sodass jeder persönlich sich einfach mal mit dieser Arche hinstellen soll, seine eigenen Gedanken machen soll und einfach für sich das auf sich wirken lassen kann. Man kann sie anfassen, man kann sich auch auf die Holzhahn setzen. Vielleicht sollte man nicht in die Arche steigen, auch was für die Kinder betrifft, denn Glas ist ja zerbrechlich. Dieses Symbol der Zerbrechlichkeit der Natur soll ja mit dieser Arche auch zur Geltung kommen. So, jetzt frage ich euch noch mal ein bisschen was. Zur Arche, habt ihr euch da Gedanken zur Arche gemacht? Sagt mal was zur Arche, was euch dazu einfach spontan selber einfällt. Ja, also ich finde es toll mit diesem Umweltschutz, dass es was damit zu tun hat. Das finde ich richtig toll, dass da die Umwelt damit geschützt werden soll oder dass es daran erinnert, dass man die Umwelt schützen soll. Was sagst du dazu zur Arche, wieso spontan, wenn sie dir einfällt, bunt, groß, viel Holz verbraucht? Na ja, also die ist ja aus Glas gemacht und da werden ja dafür jetzt auch nicht Bäume gefällt, dass man die Arche bauen kann. Also ist das jetzt auch nicht was halt gegen die Umwelt, wie man die baut. Und das steht halt auch für den Umweltschutz, weil Noah hatte ja auch von jedem Tierpaar, also von jedem Tier ein Paar mitgenommen, dass halt auch die Arten der Tiere erhalten bleiben. Das war schön gesagt. Also zur Klassenfahrt, da waren wir in der Arche Nepra und da wurde uns halt auch ganz viel darüber gesagt. Das war richtig interessant, das mal zu hören. Und da ich Jurist bin, gucke ich dann immer in die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, zum Beispiel zum anachronistischen Zug. Und da haben wir gelernt für Juristen, dass eben Kunst bedeutet, dass es ein offener Kunstbegriff ist. Die Mehrstufigkeit der Information oder mit anderen Worten gesagt, dass Kunst im Auge des Betrachters liegt. Dass aus dem Kunstwerk jeder etwas anderes herauslesen kann. Herr Helms hat uns schon eine seine Interpretation des Kunstwerks gegeben. Der Künstler hat vielleicht eine andere. Man kann natürlich mit diesem Kunstwerk, wenn es Arche heißt, Glasarche heißt natürlich sozusagen klassisch, das Schiff als biblisches Symbol, als Schiff im biblischen Sinne verstehen. Man kann aber auch eben die Bewahrung der Schöpfung daraus lesen, die Herr Helms genannt hat. Oder man kann natürlich auch auf die aktuelle Situation abstellen, während tausende Menschen aus dem arabischen Raum zum Beispiel mit Schiffen über das Mittelmeer kommen, unter großen Anstrengungen, unter Todesgefahren, viele sterben. Dass man natürlich auch das Flüchtlingsthema mit einem solchen Kunstwerk in den Mittelpunkt stellen kann. Was auch immer jeder damit interpretiert, für mich ist entscheidend. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Kunstwerk dazu beitragen kann, dass die Schönheiten von Saale, Unstrut und Elster, das muss man hier bei Oberbürgermeisternzeits ganz besonders betonen, und Elster mit diesem Kunstwerk durch den Landkreis, durch Sachsen-Anhalt und durch Mitteldeutschland transportiert werden können. Dass eben auch unser Naturpark Saale, Unstrut-Trias-Land, mit diesem Kunstwerk noch bekannter wird. Und wir haben eben die Verflechtung zur Metropolregion Mitteldeutschland. Also ich, wenn ich an das Thema Archäen denken muss, da fällt mir eigentlich sofort die biblische Geschichte ein. Kannst du die uns mal ein bisschen erzählen, weil viele Kinder sind ja heute nicht mehr so biblisch. Also das war, also das ist schon etwas länger her, und da waren die Menschen halt böse zu Gott, und da hat Gott eines Nachts zu Noah gesagt, weil der soll eine Arche bauen, denn er wird eine große Sinneflut schicken, und er soll seine Familie retten in der Arche und von jedem Tier ein Paar. Das hast du wunderschön gesagt. Also ich bin Christian Schmidt aus Rauschwitz, und Sergej Dischle-Woy war fast richtig. Ohne den Mann wäre das nicht so gut geworden mit so einer Aussage, das muss ich jetzt vornehmen. Und es wurde ja viel über die Arche gesprochen, ich sage jetzt kurz ein Eckdaten zu der Hand. Die hat zwar bloß 3,7 Tonnen jetzt, aber wir brauchten einen Block, der 8 Tonnen schwer war, um diese 8 Tonnen zusammenzukleben, mussten wir jeden Balken ungefähr 10 mal in der Hand nehmen. Also wir haben irgendwo 80 Tonnen bewegt, und ich wünsche mir auch, dass das nur ein kleiner Bruchteil davon ist, was die Hand noch bewegen wird. Gott hat halt Noah das gesagt, und dann hat Noah halt mit seinen Kindern gebaut, und dann sind sie halt, als die Sintflut kam, mehrere Wochen auf dem Wasser geblieben. Und sie sind halt dann, als sie ein festes Land gesehen haben, da sind sie zwar noch ein bisschen drinnen geblieben, weil alles war ja noch schlammisch von dem Wasser, und dann sind sie halt rausgegangen aus der Arche. Das haben alle wunderschön gesagt. Ich bin hier heute in einer Doppelfunktion, zum einen als Staatssekretär, aber auch als Vorstandsmitglied der Stiftung Umwelt- und Naturschutz, die sich auch hier beteiligt hat finanziell an dem Projekt. Und ich möchte Herrn Helms noch mal ausdrücklich meinen Dank sagen für das Engagement. Ohne seine Hartnäckigkeit wäre es wahrscheinlich gar nicht zu dem Projekt gekommen. Und ich möchte mich auch noch mal bedanken bei allen Spendern und vor allen Dingen auch den Künstlern, die es geschafft haben, dieses Projekt umzusetzen und in dieser tollen Form uns jetzt auch zu zeigen. Also das finde ich insgesamt eine sehr gelungene Sache und hoffe, dass das wirklich eine Ausstrahlung auch bringt über die Region hinaus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also die Arche ist ein tolles Projekt und sie ist auch schön anzusehen, also wenn sie auch in der Sonne so funkelt. Jetzt frage ich dich mal, was Umweltschutz eigentlich ist oder bedeutet. Also Umweltschutz, das bedeutet halt auch, dass man die Umwelt nicht schädigen soll, jetzt keinen Müll in die Umwelt werfen soll und auch die Tiere nicht verjagen und so. Was sagst du noch zur Umwelt? Also zur Umwelt, man sollte sie wirklich schützen, weil die Umwelt, die schenkt uns ja Leben und sie stellt Sauerstoff her, also die Bäume und die brauchen wir ja auch zum Leben und darum sollten auch nicht so viele Bäume jetzt unnötig gefällt werden. Hallo Leute von der Zeit zur Lupe. Christian ist wieder da. Jetzt kennen wir uns ja gut. Unser letztes Interview war eine klasse Sache. Ich habe viele positive Rückläufe gehabt. Christian, danke dir vielmals. Heute sehen wir uns, ein bisschen geschwitzt haben wir ja, ob die Hand hält. Gibst du, wie war es? War sehr aufregend. Also im Endeffekt hat sie gehalten, auf jeden Fall. Das ist auch nicht unbedingt nur mein Werk. Also das ist jetzt der René Augustin aus Schmörschwitz. Er hat das alles technisch möglich gemacht, dass das verleimt wurde. Das hat das Holz gesponsert, hat viel Arbeitskraft mit eingesetzt. Und ja, ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen, sage ich jetzt einfach mal so. Und dass es jetzt so hält, gut, jetzt steht sie hier und alle freuen sich. René, darf ich sagen? Ja. René, Sie sind ein echter Sponsor. Erwartet man ja eigentlich ein bisschen anders. So ein Mann mit schwarzem Anzug, meistens von der Sparkasse, du bist Sponsor. Man muss immer frei der Natur, seiner Dienste stets treu sein. Und ich sage mal, das war eine gute Herausforderung, so ein Projekt. Und das würde ich gerne jederzeit wieder irgendwo in Angriff nehmen. Weil das immer was Anspruchsvolles ist und nicht was einfach von der Stange. Das ist einfach so. Ich kann mir zwar denken, was Ihr Betrieb, Sie haben aufgrund Ihrer Zunft, aber sagen Sie, ein bisschen Werbung können wir ja auch machen, wenn Sie schon Sponsor sind. Stellen Sie Ihren Betrieb nochmal vor. Wir machen im Prinzip hauptsächlich Zummerei und Sanierung. Das ist der Holzbau komplett eigentlich von A bis Z. Jetzt sagen Sie doch, wo Ihr Betrieb zu finden ist, wie man sie findet. Wir sitzen in Rauschwitz, direkt auch, wo der Herr Schmidt herkommt, Schmörschwitz, der Ortsteil. Und da haben wir unseren Firmensitz. Also nochmal herzlichen Dank. Und der Hauptantrieb für Sie, der Sponsons. Was ist Ihr Umweltgedanke dabei? Es ist ein Naturprojekt, sage ich einfach mal so. Und wir sind einfach alle irgendwo der Natur verbunden. Und daher macht man das eigentlich gerne. Dann danke ich euch beiden. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Projekt. Vielleicht wird es eine Nase. Eine Nase. Ciao. Tschüssi. Jetzt sagt die Lehre uns auch noch drei Sätze zu Ihrer herrlichen Klasse und der Arche. Also wir haben nicht nur eine Klasse, sondern es sind ja hier Vertreter von zwei Lerngruppen. Von der 1, 2, die sind heute in Choren-Sahles. Und die 3, 4 hatte sich eigentlich dieses Areal heute vorgestellt mit zu bevölkern. Und natürlich war das jetzt die Auswahl der Kinder, die sie untereinander getroffen haben. Das sind die Kinder, die halt im Unterricht auch unseren inhaltlich beleben. Und deshalb fanden wir es toll, dass wir heute hier dabei sein konnten. Wir haben nicht explizit jetzt zur Arche als solches Kunstobjekt gesprochen. Das durchzieht unseren kompletten Schulalltag. Und das ist das, was uns als Schule stark macht. Dass wir hier in Zeitz mitwirken können, in Zeitz der Umland das so weiter zu gestalten. Welche Klasse war das jetzt? Das ist die vierte. Aber ihr seid alle ganz toll. Ich danke euch vielmals. Herzlichen Dank. Dann, dass wir die Aufnahmen auch mal verwenden dürfen. Danken wir euch auch. Fragt noch die Eltern. Wenn es irgend... Dürfen wir das? Weil irgendein Elternteil es nicht möchte, gebt mir Bescheid. Dann streichen wir es wieder. Also wünsche ich euch noch einen schönen, schönen Schultag. Herzlichen Dank. Und winkt mal in die Kamera. Kommt, ist immer schön. Danke, Kinder. Tschüss. Danke, Herr Rath. Ciao. Tschüssi.